Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh! Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja! Äh, uhuhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier! Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja. Die von Leibold. Es ist scheinbar ein älteres Modell. Aber, hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Ha, natürlich weißt du das. Leibold ist der Dicke, oder? Ich frage nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler. Und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Hm. Hm. Ah. Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Na. Ähm. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Ja. Na, dann wollen wir doch mal. Daran erinnere ich mich zwar nicht, aber... Oh. Und jetzt? Oh. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raum-Zeit-Krümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Und täglich grüßt das Monatier. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Ja, also... Ich könnte ja... So, rein theoretisch... Jetzt das nehmen, woran ich vorhin tatsächlich gedacht habe. An die Puppensammlung. Tuh, vollkommen falsch. Du weißt ja wirklich überhaupt nichts über mich. Ich hatte niemals... Oh, was ist denn jetzt los? Alles klar bei dir? Das ist ein Zeitparadoxon, du Pfeife. Geißte, du das will. Warum nur? Ohohohohohohohohohohoho. Hm. Irgendwas ist da wohl gerade schiefgelaufen. So ein Amateur. Höher. dass ich so ein perfektes gedächtnis habe ein kleiner fehler und ich hätte einen invaliden zeitstrahl erzeugt aber was passierte als nächstes man sollte eh nicht in der vergangenheit leben und damit schalom und herzlich willkommen zurück zu chaos auf deponia weil ich einmal ein kleines bisschen spaß haben habe gedacht doch menschen bist du dich einfach mal aus und so blöd noch mal alles von vorne dann wollen wir doch mal cool und jetzt na endlich was brauchst du denn so lange nur weil du aus der vergangenheit kommt heißt das noch lange nicht dass du so tröbeln kannst was ist denn hier los bist du das glied ist und quatsch ich bin natürlich dein zukünftiges ich diese portale sind raumzeitkrümmungen und das hier ist die zukunft mannend in ruhe jetzt nicht mehr ich bin aktuell auch hier ich meine ein ogenal sorry an zibel zubel zibel zubel voll daneben du niete zibel zubel das ergibt ja nicht mal einen sinn ich wusste gleich dass du ein betrüger bist bin ich nicht ich musste das sagen um kein zeit paradoxon zu erzeugen genau gib doch einfach zu wer sich nicht besiegt habe wieso woran hast du denn gedacht wenn nicht an zibel zubel ja zukunftsricht alte socke das ist ja eine überraschung da bist du ja sag ich doch können wir jetzt endlich weitermachen du musst da rein und ja befreien sie ist also tatsächlich da drin geht's ihr gut keine panik wink und nord sind außer gefecht gesetzt wie jetzt du hast sie ganz alleine überwältigt ein achs du scheinst tatsächlich ich zu sein wie hast du das angestellt das findest du schon noch raus ich werde mich derweil um die rebellen kümmern ist das etwa eine knarre nein das ist ein bananenschälgerät natürlich ist das eine knarre darf ich auch mal nicht jetzt du musst in das labor und goal befreien schon vergessen na gut dann befreie ich goal halt bestimmt mache ich das viel lässiger als du die ist hinterher viel freier als bei dir mach's bitte genauso lässig wie ich sonst löse ich mich auf das ist ganz schön schmerzhaft weißt du recht so rufus ja ja schon klar du spielverderber aber danach bekomme ich die knarre richtig ja doch durch das portal ah ja und beeil dich hier schlägt es gleich zur vollen stunde dann stürmen die rebellen die praxis alles klar was für ein held aus mir wird ja noch was für ein trottel für wen hält er sich eigentlich aber nun zurück zur mission es kann jeden augenblick zur vollen stunde schlagen und dann bin ich bereit alles was ich jetzt brauche ist ein wenig geduld und darin bin ich unschlagbar ich habe eine knarre endlich habe ich auch eine knarre ich kann hier jetzt nicht weg die uhr schlägt jede sekunde die volle stunde und dann ist es an mir die rebellen zu stoppen und wenn ich vielleicht ich kann hier jetzt nicht weg die uhr schlägt jede sekunde die volle stunde und dann ist es an mir die rebellen zu stoppen fleisch ich kann hier jetzt nicht die uhr und dann muss ich also doch vorne raus ich warte lieber bis sie rein kommen und das passiert sobald die uhr die volle stunde geschlagen hat was ja nicht mehr allzu lang dauern sollte verdammt die zeit hat ja offenbar gar kein gefühl für timing offenbar nicht nein da muss ich wohl ein bisschen wer hat es ist gleich soweit die uhr kann jetzt jeden augenblick die volle stunde schlagen jeden augenblick ist es wirklich schon so schwer so das reicht jetzt aber schlag endlich na los schlag endlich hast du das auch gehört die uhr schätze wollen stunde und bitten auf die zwölf sei für deinen auftritt garle muss das wirklich sein jetzt stell dich nicht so an sonst gewinnscht immer du beim schnick schnack schnuck aber sonst geht es auch immer nur darum wer neue zitronen geht versuch dich nicht raus zu reden einer für alle und das ist heute du rufus was treibst du hier es gibt eine planänderung die aufstiegscodes bleiben bei goal du stellst dich gegen den widerstand auf welcher seite stehst du eigentlich auf der titelseite des blattes das sich soeben gewendet hat oh yeah was zum ladehemmung tja pech gehabt oder so rufus aha sehr gut du hast es alleine geschafft komm mit es ist noch nicht vorbei ähm warte mal aber oh wir haben jetzt keine zeit für sowas naja wollen wir nicht warten bis du wieder in form bist na was solls was ich dringend rasieren komm ähm es ist vollbracht ich habe doch gesagt dass doch warum seid ihr noch gefesselt lady goal sollte euch doch befreien hat sie aber nicht sie ist durch das portal in die zukunft entwischt sie ist was kein problem krawall goal ist noch draußen in liebolds körper sie wird lady goal zur vernunft bringen das war nicht krawall goal das war die reinigungsdatasette für meinen video rekorder die anderen beiden goals stecken noch in der maschine liebold hat nicht mal ein implantat aber die fernbedienung wow ach du dicker vater das hieße ja oh wusch was hast schon mit khalif gemacht und mit liebold der arme ist ganz verstört eine verwechslung ich hey goal was soll das es tut mir leid rufus ich fürchte ich muss noch eine weitere änderung an deinem plan vornehmen häh was für eine änderung ja es ist auch kompliziert wie alles was mit dir zu tun hat du verursachst nichts als chaos aber dafür bin ich nicht gemacht ich kann nicht länger bei dir bleiben ach komm schon was soll denn das jetzt mach auf bemüh dich nicht die tür bleibt verriegelt ich brauche ein bisschen vorsprung wenn ich klites finden will klites wovon redest du bloß wir wollten doch zusammen nach elysium die welt retten und so so einfach ist das aber nicht rufus du kannst nicht alle im stich lassen und gleichzeitig der held sein es ist unmöglich unmöglich ist mein zweiter vorname genau es reizt dich nicht wahr du willst immer das unmögliche darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben du kannst nicht mit nach elysium rufus weil du deponia in dir trägst mach es gut halben baby aber moment wow aber klites ist ein schnösel klites ist kein schlechter mensch rufus zumindest nicht schlechter als ich und bestimmt nicht schlechter als du ich bin tausendmal besser als dieser lackaffe zumindest willst du das sein ich habe dir verziehen dass du mein bewusstsein gespalten hast dass du mich angelogen hast dass du mich immer wieder in gefahr gebracht hast und ich habe klites verziehen dass er meine erinnerung löschen wollte jetzt musst du mir verzeihen naja aber was ist mit deiner operation wir müssen dich doch wieder zusammensetzen wozu damit die zweifel wieder kommen nein danke rufus aber wir wollten doch zusammen die welt retten das gilt vielleicht für krawall goal und baby goal aber ich bin weder so naiv noch so abenteuer lustig ich will einfach nur nach hause bevor es zu spät ist aber 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 ich will doch mit dir nach elysium willst du das wirklich ich weiß dass du etwas beweisen willst weil du im schrott aufgewachsen bist weil nie jemand an dich geglaubt hat aber würde es dir wirklich gefallen dein ziel zu erreichen keine abenteuer mehr keine weiteren pläne ich glaube nicht naja hm wozu schon irgendwie recht hat aber aber wo ist das problem warum können wir nicht einfach der ponia retten und trotzdem zusammen nach elysium gehen weil es sich gegenseitig ausschließt rufus tut es nicht ich weiß dass ich das hinkriege du weißt eben noch nicht alles hast du dich jemals gefragt warum die ponia gesprengt werden soll was hat denn das damit zu tun einfach alles elysium ist nicht das paradies für das du es hältst es ist nur ein vehikel ein raumschiff um die ponia ein für alle mal hinter sich zu lassen um auf utopia dem nächsten bewohnbaren planeten noch einmal von neuem zu beginnen aber utopia ist fern es gibt nur eine einzige möglichkeit genug energie zu erzeugen um elysium dorthin zu katapultieren die sprengung deponias was war das elysium ist was ein raumschiff hast du es jetzt endlich verstanden wenn deponia nicht zerstört wird wird elysium bald zurück auf den planeten stürzen wir können nicht ewig ohne einen heimatplaneten leben aber deponia ist kein ort um zu leben das wissen wir beide elysium ist also ein raumschiff so ist es die väter bauten elysium um deponia zu evakuieren um auf utopia dem nächsten bewohnbaren planeten noch einmal von neuem zu beginnen leider reichte der platz nur für einige wenige sie konnten nicht alle mitnehmen was ist denn so toll an diesem utopia es gibt frisches gras blauen himmel klares wasser kurz es ist nicht deponia naja das hätte ich mir jetzt schon fast gedacht warum passiert das alles jetzt elysium wurde nicht konzipiert um ewig in der atmosphäre zu schweben der organon hat jahrzehnte gebraucht um die nötigen sprengtürme zu bauen sie sind um den ganzen planeten verteilt nun ist alles bereit ulysses leute haben den zeitplan eingehalten elysium muss jetzt starten andernfalls wird es auf den planeten zurückfallen was wäre wenn der ältestenrat wüsste dass deponia bewohnbar ist ich weiß es nicht ein teil von mir hat immer geglaubt sie würden die sprengung abladen aber das war die naive goal ok ok ich glaube ich habe alles verstanden aber was aber ich glaube wir können uns hier mal hier drauf drücken aber ich verstehe es immer noch nicht ist es denn wirklich so schwer zu verstehen nicht wenn du es besser erklären würdest ok ok ich glaube ich habe alles verstanden aber das aber aber es muss doch einen weg geben es gibt sogar zwei einer führt nach elysium und von da aus weiter nach utopia der andere weg endet hier auf deponia wenn wir ihn denn überleben ich habe mich entschieden rufus jetzt bist du an der reihe mit und die sprengung deponias zulassen das willst du doch nicht wirklich rufus es steckt zu viel gutes in dir die wenigsten sehen das aber du könntest niemals so skrupellos sein und wenn doch was unterscheidet dich dann noch von kletis naja ach ich pfeife auf deponia hauptsache ich bin bei dir das nehme ich dir nicht ab warum nicht dann wird es halt etwas arbeiten na und ich habe mich entschieden rufus es tut mir leid aber dann dann lass uns zusammen deponia retten ich habe es dir doch erklärt deponia zu retten wäre das ausführelysium es würde als weiterer müllberg auf dieser müllhalde von planet enden aber ich kann so nicht leben wer könnte das besser verstehen als du rufus hm es muss doch eine möglichkeit geben beides zu vereinen vertrau mir ich krieg das hin so wie du mich auch wieder hingekriegt hast ich will doch nur eine zweite chance du hattest deine chance rufus deponia hatte seine chance manchmal sind die dinge so kaputt dass sie sich nicht mehr reparieren lassen behalt ruhig die anderen zwei datasetten da sind nur zweifel und naive ideale drauf wo ich jetzt hingehe kann ich die nicht gebrauchen ich muss mich beeilen donnas tauchboot wartet wenn ich bis übermorgen nicht mit plietes in porta fisca bin wird es zu spät sein viel glück rufus aber was für eine frau spinnst du sie wird uns alle umbringen ich finde sie lässig vor allem ist sie scheinbar der teil der die aufstiegscode kennt wir müssen sie aufhalten aber wir sind eingesperrt binde mich erst einmal los dann fällt uns bestimmt etwas ein es gibt immer einen ausweg oh yeah das musst du mir nicht sagen ich denke die 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 Vielen Dank.